Liebe HOG-Vorstände, liebe Landsleute, ein herzliches Grüß Gott und Willkommen zu der Fachtagung des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften, oder auch kurz HOG-Verband genannt. In dem Jahr der digitalen Veranstaltungen, nun auch von unserer Seite in virtueller Form. Mein Name ist Ilse Welter, ich bin die Vorsitzende des HOG-Verbandes. Bei unserer Fachtagung geht es um Netzwerke. Wie wir alle wissen, waren die Siebenbürger Sachsen seit vielen Jahrhunderten große Meister im Knüpfen von Netzwerken, sei es in der Familie, in der Nachbarschaft, in den Zünften, unter Kaufleuten, in der Volkskirche und den Vereinen. Durch die Auswanderungswelle der letzten Jahrzehnte und das damit einhergehende Schwumpfen der am Ort verbliebenen Gemeinschaft ist die Bedeutung von Netzwerken enorm gestiegen. Wir möchten in unserer Veranstaltung aufzeigen, welche Netzwerke bereits bestehen, wo sie weiterentwickelt werden können oder sogar auch müssen. Auch wie die Netzwerke zu bewahren von Wissen, Kunst und Kultur beitragen und wo noch Handlungsbedarf besteht. Unser Netzwerk im Verband mit anderen Verbänden, mit unseren Partnern, sei es in Deutschland, sei es in Siebenbürgen, funktioniert wunderbar, wenn auch aktuell nicht persönlich, dann eben in virtueller Form. Daher möchten wir auf jeden Fall die bestehenden Kontakte intensivieren und weiterentwickeln. Den Titel, den wir für die geplante Live-Veranstaltung vorgesehen hatten, haben wir entsprechend behalten und heißt somit Netzwerke von, mit und für Siebenbürger Sachsen. Unsere Referenten sind Fachleute aus dem kirchlichen, sozialen, schulischen und kulturellen Bereich, sowohl aus Siebenbürgen als auch in Deutschland. Sie haben sich ins Zeug gelegt und ihre Berichte per Video aufgenommen und sie für uns, für euch, liebe Freunde und Landsleute, zur Verfügung gestellt. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es nicht ganz einfach ist, so eine digitale Veranstaltung zu bedienen. Einerseits den gewünschten Stoff zu vermitteln, andererseits die entsprechende Technik zu steuern. Von daher zöre ich einen heiden Respekt unseren Referenten, dass sie so zahlreich an unserer Tagung teilnehmen. Ein herzliches Dankeschön dafür. Ein herzlicher Dank geht auch an unseren Technik-Spezialisten, Hermann Deppner, der die Videos und Präsentationen geordnet und sie für uns in die mediale Welt gesetzt hat. Zu den Beiträgen bzw. Referaten ist zu erwähnen, dass diese nicht öffentlich auf YouTube einzusehen, sondern dass diese nur über den erhaltenen Link aufrufbar sind. Auch haben wir die Gültigkeit des Links auf einen Monat gesetzt. Ich denke, es ist ausreichend Zeit, sich die Beiträge anzuschauen. Die aufgeführten Themen sind eher HAUG-interner Natur, wichtig für unseren Verband, für unsere Partner, für die Heimatgemeinschaften und deren Belange. Wir wünschen euch viel Spaß und Freude an unserer Fachtagung. Vielen Dank.